Wir sind jetzt bei uns in der Manufaktur und schauen uns jetzt die Pressform an. Das ist jetzt unsere Pressform. Und man sieht hier, hier werden dann die Hölzer eingelegt, die einzelnen Furniere. Dann fährt das ab und dann kommt dann sowas hier raus. Das ist quasi viel breiter als das Original, weil es dann befräst wird. Und bei der Fräse gucken wir jetzt mal. So, also hier wird jetzt alles befräst, es wird jetzt richtig laut, deswegen gehen wir einfach mal rein. So, und so schaut jetzt die gebräste Kontor aus. Das geht jetzt um Lackierung und dann ist es eigentlich schon fertig. Tschüss. Ich muss auch schneller fahren. Ja, genau so. Ja, genau so. Ja, genau so.